4, 3, 2, 1... Yo YouTube, was geht ab? Max Muriel noch am Start mit Twin Torpedo. Hey Leute! Party Part? Geht? Und heute spielen wir die siebte oder achte, ich weiß gar nicht, wer kann länger Challenge. Wir sind hier wieder an einem bekannten Ort, die Latte Rampel. Hier hat damals eigentlich alles angefangen, es war überchillig hier. Dann spielen wir gleich schick schnack schnucken und wir gucken, wer anfängt. Der Gewinner darf entscheiden, wer anfängt. So jetzt spielen wir Schere, Stein, Papier, komm hier Patrick. Und das Wasser ist noch übelst kalt. Eine Runde, ne? Ja. Schere, stimmt. Ah, ich bin gut. Ja, Patrick hat es bei dir gedacht. Du entscheidest die Reihenfolge. Tin. Und danach? Nein, das zähl ich eigentlich nicht. Dann noch für dich oder was? Ja gut, also die Reihenfolge ist Tin, Max und dann Patrick. Ey! Ja Tim, was machst du für einen Trick? Ich mach jetzt hier für einen Backlip runter. Oh Gott, wie langweilig der ist, oder? Was soll ich denn machen? Ja, mach Wechsel. Soll ich jetzt krass anfangen, dass der nicht raus ist? Ja, mach. Das kommt zum Schluss. Ich will einfach nicht nass werden, weil ich kann jetzt nicht einschätzen. Du brichst dir das Genick, Junge. Ja, klar. Ah, 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 ah! Wuhu! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Warte mal! Ist das so kalt? Es bleibt extra bisschen drin. Das ist krass, aber... Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Ah, Junge, nice, Junge! Fuck! Ist das so kalt? Ist das so kalt? Ah! Verpick dich! Fuck! Fuck! Das ist richtig geil! Ja, lass mal abbrennen. Letztes Mal. Ich hab echt noch Bock, jetzt kannst du jetzt mal ausprobieren. Das ist einfach so richtig geil. Mach direkt ohne Überlegen, Digga. Das ist richtig geil, ne? Geist, aber ich hab auch abgecheckt. Na, warte. Schlamm. Mach keine Fakten. Jetzt kommt. Maestro. Ja, magst du an meinem Tau, ne? Ja, ja. Boah! Ich fühl mir das zu Todeskampf! Boah! 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 Ja, schade! Und, wie ist so? Bodybuilder, Digga! Alter! So, Freunde. Letztes Jahr haben wir hier einen Köpfer rüber gemacht. Jetzt versuche ich hier einen Vorwärtsleid drüber. Also, ich mach jetzt einen Köpfer und dann... Ach, du bist so am Längen! Dann dreh ich mich. Du würdest dich so am Längen! Du würdest dich so am Längen! Das wird die Anfangsszene, weil er sich so ablegen wird. Und, let's go! Oh Gott, der knirrt auch noch! Klar, Junge! Halt's Maul, Junge! Boah! Ey, fuck! Ich bin raus, Junge! Ah, das ist raus, Junge! Ah! So, jetzt ist Tim's Try. Fünf! Und, es geht los. Der legt sich ab, der legt sich ab. Oh Gott, Junge! Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag TimdiePussy. Weil der jetzt schon den zehnten Anlauf nimmt, Alter! Tischi, tischi, tischi! Da geht's doch! Jetzt sind wir doch wieder auf ihn geklärt. Das ist nur noch Partypack. Tschüssi! Ich bin ein schönes Opfer, Alter! Ich hab keine Todesangst! Ich hab keine Todesangst! Ich hab keine Todesangst! Ich hab keine Todesangst! Man dreht sich von Helmet! Ja! Scheiße! Ja, machen musst du den! Egal, ob du dich abwegst. Bei uns gibt's kein Zurückziehen. Das wäre ja ein bisschen langweilig. So, jetzt versuch Pati Pati den Trick. Jetzt hat er es in den Augen. Er macht es. Ja, Moho! Klar gemacht, Junge! So, der nächste ist Pati Pati, also der darf einen Trick aussuchen. Ja, und dann geht's weiter! So, Pati Pati, was willst du für einen Trick machen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am überlegen ein bisschen. Ich liebe ja diesen Auerbach. Ich bin Fan davon. Willst du da oben runter machen? Ja. Aber wieso wieder ich als erstes? Das ist wohl hoch? Das ist wohl hoch? Das ist auch hoch. Ich hätte es von dir mehr gesagt. Okay. Das ist kalt, das ist kalt, das ist kalt, Junge. Junge! Voll dunkel, Digger. Ich mach den direkt zu Leiter. Junge, da ist ein Stein oder so. Ja, mach. Fuck, ich kann nicht. Das Wasser ist zu kalt, Digger. Wir halten jetzt hier ab, weil das Wasser zu kalt ist. Ich spring ihn direkt rein, mach. Das ist schön im Wind, damit es noch kälter wird. Boah, das ist so windig gerade. Den, den Kuchel! Ciao, Mann! Tim, jetzt hau mal die Karten auf den Tisch. War so ein ekliger Drecks. Wie hast du den von dir gemacht? Bist du behindert? Dann musst du das schief machen. Ja, mach. Wieso kann ich gerade kein Auerbach von dir? Weil du Lappen bist. Digger. Oh! 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 Das war doch nicht die Scheiße, Alter! Oh, Junge! Das ist passiert! Das war nicht die Scheiße, Alter! Der Tim hat sich fast aufs Morgen gemacht. Aber ich habe gerade auch Angst. Ich habe einfach Angst, dass ich kein Geländer, ich kann mich nicht so festhalten. Ich sage euch Leute, das ist nicht so einfach. Jetzt sind wir unter Druck. Ich bin ja kein Linksfüßler. Jetzt kein Linksfüßler. So ein richtig ungutes Gefühl und das Wasser ist so kalt. Und wenn man sich das abblickt, schaut. Ja, eklig, eklig. Ja, jetzt komm jetzt, jetzt komm jetzt. Ich kann kein Auerbach mehr. Wieso mit rechts abspringen? Wer springt denn mit rechts abspringen? Ich, Digga. Krass. Crash-Diving? Crash. Crash-Driving, ja. Jo, Max wird auf jeden Fall klar gemacht, nach gefühlten 2 Stunden. So, Freunde, das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack, was euch jetzt in Zukunft oder im Sommer erwarten wird. So, Patrick wollt ihr jetzt, weil ihr letztes Jahr nicht bei der Challenge mitgemacht habt, hier den Körper runter machen, weil Tim da verloren hat. Tim traut sich dem, glaube ich, immer noch nicht. Mit dem Körper haben wir letztes Jahr gewonnen. Ja, und wir wollen in Zukunft hier noch eine Wasserrohschung unten hinbauen, da ein Trampolin. Und bei 10.000 Likes mache ich hier von da nach da ein Backflip rüber. Ja, ihr könnt halt die Kragenreise ziehen. Los, Patrick. Nice. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wie gesagt, bei 5.555 Likes. Haut rein, die Leute! Kommen die richtigen Challenges und dann gibt's auch die richtige Bestrafung. Jo, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Peace!